Hallo liebe Freunde des Chores und der Musik, ich bin Simon Halsi. Simon Halsi, Sir Simon Halsi. Am 22. September startet der Dokumentarfilm Unsere Herzen ein Klang im Kino. Stellt euch bitte so im Raum verteilt auf, dass ihr wirklich genug Platz habt. Der Raum ist extra groß, strecken und aussäufzen. Ich mache diese Meisterklasse. Was wir suchen ist Musik zusammen zu machen. Es ist ein wunderbarer Film über die Lebendigkeit und Magie der Musik. Schaut ihn euch im Kino an und lasst euch mitreißen. Das ist ein wunderbarer Film. Das ist ein wunderbarer Film. Was ist strong? Love! Das ist ein wunderbarer Film. Das ist ein wunderbarer Film. Das ist ein wunderbarer Film.